Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Kryptowischen. Jetzt gibt es einen kleinen Nachschlag zum Video von 17.30 Uhr. Da habe ich über Bricks gesprochen, die Entwicklungen, die De-Dollarisierung, Saudi-Arabien und die Aufkündigung des Pax Americana, des Petrodollars. Und da habe ich in diesem Video darauf hingewiesen, dass es nichts Verifiziertes gab, ob der Saudi-Außenminister dort teilnimmt. Aber dann lese ich vorhin Folgendes. Breaking. Saudischer Außenminister trifft in Russland ein, um am Bricks-Treffen teilzunehmen. Also ja, die Saudi-AZ hat darüber berichtet, er wird morgen daran teilnehmen. Dienstag und morgen Nachmittag werden wir dann irgendwelche Verlautbarungen wohl hören, was die Bricks-Außenminister hier beschlossen haben oder worüber die sprachen. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier unglaublich viel am Start ist, was hier alles passiert. Auch die Bricks-Länder werden eine digitale Handelswährung bringen über Distributed Ledger-Technology. Aber die Saudis positionieren sich jetzt nicht nur pro Bricks, sondern eben auch, wie gesagt, pro Distributed Ledger-Technology. Denn ich habe hier auch noch Folgendes. Und so kommen wir jetzt langsam zum Hauptthema des Videos. Die Zentralbank Saudi-Arabiens wird vom beobachtenden Mitglied zum partizipativen Mitglied von Ambridge, dem grenzüberschreitenden CBDC-Projekt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Sie waren bis jetzt beobachtend und jetzt sind Sie aktiv dabei. Eines vorneweg, bevor ich weitermache, ich mache keine Anlage oder Finanzberatung. Ich zeige euch nur auf, wo es hingeht. Multi-Chain, Zukunft, digitale Währungen werden hier eine immer größere Rolle spielen. Und das Utility-Token, die dazu verwendet werden, natürlich dann irgendwann im Kurs nach oben schießen werden. Nicht nur XRP, sondern eben auch Quant, die für Interoperabilität sorgen werden zwischen diesen Multi-Chains. Und so gehen wir nochmal zurück zu Ambridge, diesem Projekt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die ja die Zentralbank der Zentralbanken ist. Und da habe ich was rausgesucht. Einmal hier, die saudische Zentralbank tritt Ambridge bei. Okay, und gehen wir da mal näher rein und das ist direkt von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und hier wird alles nochmal beschrieben und ab Juni 2024, das ist unglaublich, wer da alles drinsteckt, gehören zu den beobachtenden Mitgliedern von Projekt Ambridge. Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank, die Bankdo-Zentral-Philippinas, die Bank von Indonesien, die Bank von Frankreich, Bank von Israel, Bank von Italien, Korea, Namibia, Zentralbank Bahrain, Chile, Ägypten, Jordanien, Malaysia, Nepal, Norwegen, Republik Türki, die Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds, der IWF, die Magia-Semenzi-Bank, Nationalbank von Kambodscha, die Zentralbank von Georgien, Nationalbank von Kasachstan, New Yorker Innovationszentrum, Federal Reserve von New York, die Reserve Bank von Australien, die Südafrikanische Zentralbank und die Weltbank. Und hier sehen wir mal wieder Multi-Chain und hier sehen wir, wer hier wo mit am Tisch sitzt. Quandt immer, immer dabei, Ripple, gerade gesagt Georgien, ich bin in meinem gestrigen Video schon darauf eingegangen, dass gerade Ripples mit der Zentralbank von Georgien oder Nationalbank zusammensitzt, um weitere Dinge zu besprechen, um dann eben auch den Fortschritt der georgischen Regierung hier Richtung digitaler Zahlungstransaktionsmöglichkeiten zu besprechen. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, aber es dauert eben auch. Nun, Saudi-Arabien jetzt eben auch mit am großen Tisch. Und hier komme ich jetzt nochmal zu Quandt, denn Tokenizer hat hier zwei Tweets rausgelassen, die ich mit euch teilen möchte. Ganz interessant. Das Projekt Rialto, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wurde gerade veröffentlicht. Im Fokus steht der G20 grenzüberschreitende Zahlungsverkehr. Sie haben die technischen Dokumente noch nicht veröffentlicht, aber dies hat das Potenzial, das Größte für Quandt zu werden. Größer als Projekt Rosalind, als Agora, Vereinte Königreich England, RRLM und mehr. Lasst es uns herausfinden. Wir haben in der Zeit zurückgehen, um dies zu analysieren. Zunächst einmal ist es wichtig, wie wir aus der Beschreibung sehen können, derzeit ziemlich verallgemeinert. Und hier geht man eben auf Rialto, woher der Name kommt. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung grenzüberschreitender Zahlungen. Aber das könnte für jede Mehrpartei in CBDC argumentiert werden. Schließlich ist Cross-Border im Finanzwesen unermesslich. Das garantiert weder Quandt noch Distributed Ledger Technology wirklich. Aber wenn wir es mit Fakten aus der Vergangenheit zusammensetzen, bekommen wir hier etwas sehr Interessantes. Denken Sie daran, wie Sie die G20 erwähnen. Die G20 ist das zwischenzeitliche Forum, das 19 souveräne Länder und die Europäische Union und die Afrikanische Union umfasst. Sie sind heute einer der mächtigsten Körperschaften. Einer ihrer Schwerpunkte war auch die Förderung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, auf den sich die BIZ bezieht. Wir können auch sagen, dass Projekt Rialto wahrscheinlich eine weitere ziemlich große Zusammenarbeit sein wird. Dazu gehören das Eurosystem der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und die Zentren Singapur sowie verschiedene andere Partnerzentralbanken. Da das Eurosystem die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und verschiedenen anderen Zentralbanken in Europa ist, können wir mit mehreren EU-Parteien rechnen. Darüber hinaus geben Sie Partnerschaften mit mehreren Zentralbanken an. Ein weiteres aussagekräftiges Zeichen. Dies wäre auch sinnvoll, wenn man bedenkt, das wir von der Zusammenarbeit der Zentralbanken von Projekt Agora 7 gesehen haben. Da sich diese CBDCs weiterentwickeln, sehen wir eine offenere Beteiligung auf breiter Front. Das wirft nun jedoch die Frage auf, wie diese Operation durchgeführt werden soll. Da es derzeit nur wenige Beweise auf der Projekt-Rialto-Seite gibt, gibt es nicht viel, woran man sich beteiligen könnte. Aber, wenn man auf die Geschichte zurückblickt und die Punkte verbindet, wir haben einige ziemlich interessante Verbindungen gefunden, lassen Sie uns ein paar wichtige Dinge hervorheben, die an diesem Thread wichtig sein werden. Das Projekt löst das Problem der G20 grenzüberschreitenden Zahlungen, beziehungsweise die Grenze. Und es betrifft das Eurosystem und Singapur. Wenn wir genau bis vor etwa einem Jahr zurückgehen, sehen wir eine Pressemitteilung der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die sich auch auf die G20 und eben Cross-Border-Payments bezieht. Moment, muss ich mal aktualisieren, damit es ja wieder ein deutsches ist, Freunde. Sorry dafür. Am 30. Mai 2023, also ein Jahr, hatte die BIS mit der Zusammenarbeit begonnen, um ein grenzüberschreitendes Programm mit APIs zu erstellen. Sie erwähnen, dass dies ein Hauptziel der G20 ist und dass wir eine Harmonisierung der APIs für grenzüberschreitende Transaktionen benötigen. Ist so. Das klingt genauso, wie wir es bei APIs sehen, die mit ISO 222 und anderen Zahlungssystemen für DLT und Legacy Interoperabilität harmonieren. Interessant ist auch, dass dieser Bericht nur 15 Tage vor dem Bericht von Rosalind veröffentlicht wurde. Rosalind war das erste Projekt, das offiziell zur Verwendung harmonisierter APIs in einem mehrstufigen CBDC-Modell mit Overledger-APIs zeigte. Zu diesem Zeitpunkt war Rosalind bereits mit den Tests fertig und sie waren dabei, den Bericht fertigzustellen. Mit anderen Worten, sie hatten bereits die Effizienz und Innovationen gesehen, die harmonisierte APIs mit sich bringen. Am Ende dieser Veröffentlichung wird dann erwähnt, dass das angestrebte Datum für den Abschluss der API-Harmonisierung irgendwann im Juli 2024 liegen würde. Heute ist der 5. Juni, beziehungsweise heute ist der 10. Juni für euch, für uns, für mich, äh, 24. Rialto hat gerade die frühen Entwürfe seiner Initiative ohne technische Architektur veröffentlicht. Wenn man die Teile zusammenfügt, beginnt alles einen Sinn zu ergeben. Projekt Rialto. Wholesale CBDC für grenzüberschreitende Zahlungen. Projekt Rialto inspiriert vom G20. Projekt Rialto angekündigt am 4. Juni. G20 Cross-Border-Grenz-API beginnt im Mai 2023. Diese Grenz-Border-API ist voraussichtlich im Juli 2024 ausgeliefert. ZP schreitet in den IETF-Standards voran. ISO-TC307-Untergruppen werden dieses Jahr fertiggestellt. Es ist buchstäblich perfekt ausgerichtet. Jetzt ist es auf CPMI und Apex Ende, um die Lieferung sicherzustellen. Das ist auch kein Geheimnis. Es scheint, dass auch verschiedene andere Finanz-Publikationen und Beratungsunternehmen die API-Harmonie in der Branche erkennen. Nachfolgend finden Sie Screenshots von Moody's Analytics und dem Financial Stability Board. Hier gehen wir nochmal weiter. Und hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Sie listen eine Beschreibung der Initiative und dann den erweiterten Zeitplan auf. Februar 2023 bis Juli 2024. Im Wesentlichen geht es darum, API-Standards für die Harmonisierung von Gremien, die Interoperabilität von Systemen, DLTs und Informationen usw. festzulegen. Sie sagen also, dass dies im Februar 2023 begann. Und voraussichtlich im Juli 2024 in vier Wochen enden wird. Wieder einmal perfekt ausgerichtet. Wir hatten auch gesehen, dass ZP Ende Januar 2023 offiziell in die IETF aufgenommen wurde. Was es offiziell zu einer standardisierten Arbeitsgruppe im Internetmaßstab machte. Wir reden hier immer dauernd nur von Sicherheit, gemeinsamen Standards etc. Es muss einfach reibungslos untereinander, miteinander funktionieren. Weiter. April 2023 bis Dezember 2024. In diesem Artikel wird erörtert, wie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit anderen Zentralbankparteien zusammenarbeiten wird, um diese harmonisierten API-Konzepte in Proof of Concepts und Pilotprojekte zu testen. Hier sehen wir dann noch einmal ein Bild, wie das alles miteinander verbunden ist. Hier gehen wir nochmal runter. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist in der Regel sehr akribisch bei der Benennung ihrer CBDC-Projekte. Zum Beispiel Rosalind wurde nach Rosalind Franklin benannt, deren Arbeit der Schlüssel zum Verständnis der DNA-Sequenzierung war. Das Projekt Rosalind wiederum war der Schlüssel zum Verständnis der DLT-Sequenzierung über verschiedene Schichten hinweg. Am Ende des Projekts Rialto wird aufgeführt Rialto in Venedigt, also die Brücke, ist sowohl eine Brücke, die die beiden Seiten des Kanale Grande verbindet, als Symbol für die grenzüberschreitende Zahlungsinfrastruktur, als auch ein Marktplatz, Symbol für die automatische Devisenabwicklung mittels Rollsale CBDC. Ich überlasse es Ihnen zu entschlüsseln, was das bedeuten könnte. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht weiterkommen. Wir heben uns den Rest dieses Kaninchenbaus für ein anderes Mal auf ZwinkerSmiley. Das alles steht seit Rosalind in den Sternen. Hier kommt einiges auf uns zu. Und während wir immer wieder berichten und lesen, was passiert, wer mit wem am Tisch sitzt, ich habe es gerade angemerkt, Ripple mit der Nationalbank von Georgien, aber die Bank für internationalen Zahlungsausgleich im Hintergrund komplett alles durch und sorgt für Infrastruktur und einfach saubere Autobahnen, dass das alles wunderbar miteinander funktionieren kann. Quant in der Operabilität. Und hier nochmal ein aktuellerer Tweet von Tokenizer. Schauen wir uns die CBDC-Landschaft im öffentlichen DLTs an. Wir werden uns hauptsächlich mit Quant und XRP beschäftigen. Diese beiden waren die wenigen, die die CBDC-Entwicklung durch Zentralbanken für ihre Dienstleistungen und Standards angezogen haben. Die Namen an Bord sind größer als Krypto. Von Zentralbanken, Fintechs bis hin zu Regulierungen, äh Regierungen. CBDCs sind zu einer Frage des Wann und nicht mehr des Ob geworden. Dies ist besonders sichtbar bei all den BIS-Piloten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Lassen Sie uns einige Projekte untersuchen, die von verschiedenen Zentralbanken, die DLT verwenden, mit CBDCs durchgeführt haben oder noch werden. Rosalind, wieder mal auch die zweistufige API-Modell. Bitte alle Links unten in der Videobeschreibung. Aber der Einfluss vom Projekt Rosalind geht weit über seine technische Architektur hinaus. Und auch hier, es löste einen Domino-Effekt der CBDC-Einführung aus. Industriestandards, dann ein neu entdeckter Rahmen. Nein, wir haben die APIs. Wir haben unfassbare Dinge hin zu Agora. Agora ist das bisher größte CBDC-Projekt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und der Vereinigten Königreich England ist wohl die bisher größte Anstrengung Großbritanniens zur Zukunft der tokenisierten Finanzen. Schauen wir uns als nächstes die Beteiligung von Ripple an CBDCs an. Während sich die CBDC-Bemühungen von Quant hauptsächlich auf ihre Standards und BIZ-Projekte konzentrierten. Ripple bietet eine CBDC-Plattform, die speziell für die Zukunft des Finanzwesens geeignet ist. Während die meisten CBDC-Projekte von der BIZ und anderen etablierten privaten Sektoren durchgeführt wurden, ist die CBDC-Plattform von Ripple eine, die eine bedeutende Akzeptanz gefunden hat. Es bietet einfach eine sichere und effiziente Lösung für Regierungen, die digitale Währungen einführen möchten. Durch die Verwendung des XRP Ledgers als Grundlage wird ein bewährtes Netzwerk verwendet, das für die Finanzwelt skalierbar ist. Seitdem haben verschiedene Zentralbanken damit begonnen, die Plattform von Ripple zu testen und zu nutzen. Nationalbank von Georgien als Beispiel. Das Digital Lari der Georgischen Nationalbank befindet sich in der Pilotphase auf der CBDC-Plattform von Ripple. Etc. 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 Ich will jetzt das Video nicht ausbauen lassen, wir sind jetzt schon bei 16 Minuten schon wieder. Alle Links in der Videobeschreibung. Lest euch das mal in Ruhe durch, trinkt was dabei. Das ist ganz geiler Stoff, den Tokenizer hier veröffentlicht hat. Wir sehen, es geht immer weiter Richtung Vollgas. Und während wir uns alle hier immer auf Kurse konzentrieren, arbeiten die Großen hinter uns schon alles durch. Und dann wird es losgehen. Auch der Hinweis von Tokenizer auf den XRP-Ledger und alles drum und dran und natürlich die Tokenisierung von Real-World-Assets sind die nächsten Schritte. Als Abschluss noch eine Geschichte. Crypto Airy hat in einem Tweet Ausschnitte von einem Interview von David Schwarz veröffentlicht. Und mit dem Hinweis, die werden alle ein bisschen bärisch glauben, was XRP betrifft. David Schwarz sagt in diesem Video, dass das Hauptaugenmerk nicht die Banken waren. Und damit hat er recht. Brad Garlinghouse sagt immer wieder, dass sie ein Multi-Billionen-Dollar-Problem lösen. David Schwarz sagt, keine Banken. Brad Garlinghouse sagt, sie lösen ein Multi-Billionen-Dollar-Problem. Das muss man verstehen. Es sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, über die wir hier reden. Aber darüber gibt es dann im nächsten Video mehr. Da gehe ich noch ein bisschen näher darauf ein, um da mal ein bisschen Aufklärung zu bieten. Man muss immer genau hinhören. Das war es von mir. Ich wünsche euch von Herzen. Werdet Zeit und bleibt bitte gesund. Es ist das höchste Gut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten. Ciao, Freunde.